was geht ab heute mal mit was neuem was speziell so hatte ich in meinem letzten ebay video einen interessanten kommentar ich soll mal die bewertung zur pokémon go app abchecken und darauf reagieren fand ich sehr interessant und ich habe nicht wirklich zeit heute zu zocken dementsprechend können wir dieses video machen wieso nicht auf in den playstore noch eine interessante geschichte von der arbeit aus also ich habe es nicht gemacht ich habe damit nichts zu tun aber mein boss hatte mal die idee also es war nicht nur eine idee hat es auch gemacht eine bestimmte app von unserer arbeit hoch zu pushen mit fake kommentaren und fake bewertungen ja und dann der arme praktikant musste dann ganz viele fake accounts erstellen und dann die app hoch pushen er meinte ja nur ein paar nur um das bisschen das image aufzubessern so pokémon go das sind hier möglicherweise auch hoch gepusht ich meine in der medienwelt ist alles fake und alles hoch gepusht aber ich denke mal die meisten bewertungen hier sind ehrlich alter so viele pokémon go relevante ähnliche apps alter was das pokémon geworden ist seht ihr so viele sachen bezüglich pokémon go das ist heftig alter seht ihr es hört nicht auf ok hier unten nicht mehr clash verhört aber so viele sachen bezüglich pokémon go ihr kennt sehr oft was ich alles vorgestellt habe trade decks und poker ranger also so viele sachen und natürlich hier pokémon go und kaltiv die zwei rechner glaube ich hier oben so meine bewertung 5 von 5 sternen super saftig habe ich vorhin angegeben weil ich hatte davor was anderes das muss ich mal schnell ändern ihr wisst nicht was ich geschrieben habe niemand wird das jemals erfahren zuletzt geupdatet 24 april bug fixes der ausweich bug ist weg klasse sache nach drei jahren endlich der ausweich bug weg jetzt kann man es halbwegs zocken das spiel bevor wir uns die bewertung anschauen könnt ihr gerne unten in die kommentare schreiben wie viele sterne ihr pokémon go geben würde schreibt einfach ohne die kommentare die bewertung die ihr pokémon go geben würde und natürlich wenn ihr mich und den kanal unterstützen wollt gibt ein like gibt ein abo gibt ein kommentar und folgt mir auf instagram weil die deutschland tour beginnt bald und da könnt ihr dann immer sehen wo ich bin auf dem aktuellen stand dann sein oh hier viele fragen mich immer hast du den kontakt hast du die e-mail vom support hier pokémon go support at 90 clubs direkt in der app geht es einfach drauf gesamt 4,1 von 5 sternen wir haben jetzt nichts zum vergleichen wie gut andere spiele sind warte mal ich klicke mal wo war clash girl warte mal wirklich klicken wir auf du links ok hier gleich 4,5 und du links hat 4,6 ok und pokémon gott nur 4,1 von 11 millionen 727 1627 votes gameplay 3,8 sterne grafiken 3,9 und control keine ahnung was das sein soll 3,7 so leute ich habe das jetzt auf deutsch umgestellt und wir kriegen jetzt die deutschen bewertungen zu sehen die beste positive rezension von caspar vier sterne vom dritten fünften das war vor drei tagen wie kann eine bewertung von vor drei tagen die beste aller zeiten sein aber ok hallo ihr lieben pokémon go entwickler ich spiele schon seit 2017 und das spiel macht mir viel spaß jedoch gebe ich nur vier sterne weil mir die freundes und tauschfunktion fehlt was vom dritten fünften 19 und die tauschfunktion und freundes und was ich würde mich über einen antwort sehr freuen dann vergeblich auch die volle städte anzahl ps vielleicht können hier noch ein update bringen in dem dann die freundes tauschfunktion nochmal zugefügt wird falls es wird also was ich mir vorstellen kann er hat ein kids account und kids account haben irgendwie nicht das freundes system und können nicht tauschen wenn ich das richtig verstanden habe als vom dritten fünften wieso ist das die beste positive rezension beste kritische rezension 25 vom zweiten fünften also von vor vier tagen seit der letzten aktualisierung am zweiten mal kann ich das spiel auf meinem galaxy a7 nicht mehr wenden wenn ich auf der unteren leiste auf zurückdrücke auch das auf ganz dem bildschirm zurücksetzen das spiel immer noch an wobei ich im begriff war das spiel neu zu starten was okay naja irgendwelche technischen schwierigkeiten hat hier vier sterne ich finde das spiel echt super und kann an sich nichts aussetzen allerdings also hast du doch was auszusetzen habe ich auch ein paar vorschläge zum optimieren neue segment check das ab eure vorschläge eure ideen zu verbessern wie würdet ihr pokémon go verbessern featuring vier kadrone einem kollegen von twitter könnt ihr gerne abchecken ich würde mich zum beispiel freuen wenn man den datenverbrauch so reduzieren könnte dass ich ohne high speed ins game komme bin bei aldi talk ich auch sehr gut ja das kenne ich ich komme seit einer weile ist auch schon jetzt ein halbes jahr her oder so nur noch mit mobilen daten ins spiel rein danach suche ich dann wieder auf wlan aber sonst komme ich nicht ins spiel rein also sehr selten also komisch okay spiel wird häufig ein gps ist ungenau das gps ist ungenau liegt wo er am handy eier schlüpfen sehr häufig in dem moment wenn ein neuer pokestop oder eine arena angegriffen werden könnte das glaube ich zufall beziehungsweise du bleibst für solche momente stehen und das gibt dem spiel zeit sich zu aktualisieren updaten und dann schlüpfen die eier es braucht ja eine weile bis sich die kilometeranzahl update und das passiert meistens wenn du irgendwie kurz mal stehen bleibt und dann ja ist dann ja der moment wo du eine arena angehe ist wahrscheinlich also wenn du das weißt solltest du mit wenn du eine arena angreifen willst und du eier schlüpfen hast kurz stehen bleiben die eier schlüpfen lassen und dann die arena angreifen so gehen wir einfach mal zu den 1 sterne sachen noch nie so eine komplizierte registrierung gehabt man kann sich nicht mal nach drei tagen anmeldung einloggen also ich habe kein problem damit aber mindestens eine stunde damit verbracht mich zu registrieren unglaublich eigentlich werden es gerade minus 128 sterne julia ich glaube das liegt an dir tut mir leid man verliert alleine mit der registrierung lust drauf ich kann es nur den installieren eigentlich liebe ich dieses spiel aber wir leben in einem kleinen dorf verständlich und die einzig aktive gespielte arena wurde heute entfernt tut mir leid wir haben im gesamten dorf nur vier stops und an jedem ende des dorfs eine arena einer zu anderen muss man 20 bis 30 minuten gehen tut mir leid ja wie lange ist es doch spiel aus kathrin habe jetzt das neue update was geht mit diesen neuen update sagt man habe jetzt das neue update aber ich kann nur normale fotos machen mein freund kann sein pokémon umkreisen aber ich nicht warum geht es bei mir nicht das nennt sich er plus du musst es einschalten in den einstellungen die domain finde es ärgerlich dass die gelaufenen kilometer amt oder sinken nicht übertragen werden egal ob ich kämpfe oder täglich am pokestop drehe ich bekomme einfach keinen sinn aus stein der kommt auch nicht auf stops nur aus kämpfen und fettvorschungsdurchbruch seit und deshalb relativ selten seitdem es den gibt habe ich ihn erst dreimal bekommen deshalb ist es sinnlos weil ich die ganzen pokémons nicht entwicklen kann und daher nicht weiterkomme es steht auch im hilfecenter dass man sich täglich drei bedingungen verdienen können wir kommen nur eine drei pvp kämpfe gegen freunde und ein trainer kommt auch in der leiter kommt deshalb so eine glückssache mal kommen welche mal kommen welche nicht aber mit der zeit wenn du jeden tag da deine kämpfe machst dann kommen die einfach wo ich habe ein pokémon 28 tage und zwei stunden in einer arena gab pro tag also pro 24 stunden bekommt man 50 münzen nicht ganz pro acht stunden und das auch nur einmal am tag ich habe für 28 tage 57 münzen bekommen du kannst nicht mehr als 50 münzen bekommen also nein obwohl es 1400 gewesen wären das ist beschiss ja keine kein kommentar dazu tinko so oft wie sich batman go in letzter zeit aufhängt wird aktuell im handy macht es keinen spaß mehr ich scrolle mal ganz weit runter vielleicht finden wir ein paar ältere sachen weil irgendwie sind das alles von diesem monat das ist alles 2019 und ich habe jetzt so weiter runter scrollt und wir sind gerade mal im februar angelangt wie viel rezensionen bekommen die pro tag also was ich hier so herauslegen kann dass die meisten negativen bewertungen sind einfach wegen irgendeinem update oder man kommt nicht mehr ins spiel rein simone das spiel fängt gut an es macht spaß und man macht schnell fortschritte mittlerweile ist meine begeisterung allerdings getrübt es gibt weniger poké bälle bei den pokestops das ist ein bug das ist ein bug das sieht nur so aus aber im tagebuch kriegst du immer noch die normale anzahl das ist ein anzeigefehler und wenn man pokémon fangen möchte benötigt man auf einmal deutlich mehr poké bälle das ist zufall auch bei schwachen pokémon mir kommt das so vor als wenn man genötigt wird pokémon dagegen echtgeld zu kaufen ich beobachte wie es sich entwickelt aber stand nach vier tagen fangen nicht an zu spielen also sie hat jetzt vier tage pokémon gezogen ich nehme mal an in den vier tagen ist sie ein paar level aufgestiegen und die höher das level desto höher die pokémon so schwieriger sind sie zu fangen ist natürlich klar dass sie kann sagen wir nach vier tagen ist sie level 15 oder so dass da die pokémon ein bisschen schwerer zu fangen sind als wenn sie level 1 bis 5 von kodula schade an sich ein schönes spiel macht auch spaß aber ist immer das gleiche und wird bei zeiten langweilig keine neuen aufgaben stimmt viel zu wenig möglichkeiten weiterzukommen kommt davon was weiterkommen heißt weil man kann eigentlich nicht wirklich weiterkommen seit es diesen kaki gibt dreht sich dreht dich alles nur um diese prozente weil wir sind auch ohne kaki vorhanden also der kaki ev hat nicht die ev ins spiel eingeführt eingeführt was ich nicht gut finde und diese auch nicht nutze alles viel zu teuer und die raids sowie arena kämpfe sind sehr langweilig ein paar punkte den ich zustimmen kann an sich ein cooles spiel leider aber immer häufiger probleme beim spielen mein blitzer ist wieder ein evoli geworden und die baum sind auch weg what the fuck aber hauptsache das pokémon heißt jetzt sparky krasse sache war sehr interessante kommentare bewertungen was lustig paar sind selber schuld die checken so gar nichts aber die meisten ja sind frustriert über das spiel irgendwelche probleme irgendwelche bugs ein log server gps probleme verständlich einige aber auch sehr ungerecht wo das problem entweder an einem selber liegt oder an unwissen wer euch das segment gefallen hat können wir noch mehr bewertung mal durchgehen ich würde gern ältere lesen aber ich weiß nicht wie man das sortieren kann falls man das irgendwie sortieren kann nach alter oder so könnt ihr das gerne unten in den kommentaren schreiben damit ich das finde weil egal wie weit ich runtergescrollt habe weiter ich weiß nicht wie viele kommentare und bewertungen die am tag bekommen aber ich habe soweit runter gescrollt und wir sind erst im februar angelangt von diesem jahr aber das war's erstmal von mir leute wie gesagt eure bewertungen für pokémon go unten in die kommentare das war's von mir wie man leiten subscriben kommentieren check die anderen videos ab folgen auf instagram facebook twitter check den shop ab vergesst nicht pokémon is your business